Avengers Endgame ist würdig und zwar im besten Sinne dessen, was sich Marvel-Fans und Insider unter dem Begriff würdig vorstellen können. Ein emotionaler Höhepunkt nach zehn Jahren, der es einfach in sich hat. Die ausführliche Kritik gibt es demnächst hier auch auf meinem Kanal, aber eins kann ich euch sagen, geht ins Kino, es lohnt sich.